Servus Leute, wir grüßen euch zu den Bavarian-Threshers und der Kräuterechsen. Den schönsten, spannendsten Schätzen Bayerns auf der Spur. Den Spruch, den kennt ihr ja, aber jetzt geht es um ganz was anderes. Nicht um irgendwie Burgen, Süßwasserkrälen oder sowas. Sondern um die Ukraine. Um die aktuelle Lage. Genau, und da? Da haben wir uns jetzt überlegt. Hast du was schönes überlegt? Nein. Machen wir natürlich. Genau, und zwar so eine kleine Spendenaktion. Und wer heißt die? Wo wir uns da beteiligen wollen? Schleckerbär. Und Schleckerbär, das ist eine gemeinnützige Organisation. Und den Tipp, den habe ich vom Gramml Hans. Servus Hans. Hans, grüß dich. Und haben gedacht, das hört sich gut an. Da macht man mit. Und hier machen wir das. Jetzt kommt es. Das ist für euch das Entscheidende. Für jeden, der unseren Kanal abonniert. Liken. Abonnieren. Abonnieren. Ja genau. Abonnieren. Für jedes Abo spenden wir 10 Cent. Da kommen wir 10 Cent in unsere Schatzkäste hinein. Und das wird dann gespendet. Und was noch ist. Wir und wir natürlich auch. Wir runden das auch. Genau. Dass du ein bisschen was zusammenkommst. Ja und ihr könnt alle mitmachen. Einen Knopf drücken. Abonnieren. Kommentieren könnt ihr natürlich auch, wenn ihr wollt. Ja, das ist immer schön. Ja. Macht es mit. Helfen wir zusammen. Seid ihr dabei. Genau. Weil ich sage immer so. Einer allein. Na ja gut. Der kann schon ein bisschen was. Aber wenn es jetzt ein riesen Haufen ist, dass da viele Leute mitmachen. Ich sage es immer so gern. Gemeinsam ist man stark. Genau. Eine geballte Faust. Einer Finger allein. Mitwechseln. Ja. Mitmachen. Genau. Macht es mit. Seid ihr dabei. Abonniert. Und mit den Worten abschicken wir uns schon mal. Mit welchen Worten. Zusammen sind wir stark. Genau. Ja. Und wir sagen jetzt einfach bloß noch. Servus. Für dich. Und Baba für unsere österreichischen Nachbarn. Für dich. Für dich und bis bald. Bis bald. Und danke schon mal im Voraus. An alle, die mitmachen. Vielen, vielen Dank. So. Jetzt sind wir fertig. Ihr wisst, was wir vorhaben. So. Aber jetzt kommt noch die Dauer. Vier Wochen dauert die ganze Aktion. Und jetzt passt es rein. Jetzt kommt noch was. Bei mir ist es jetzt so. Jeder Zehnte, der kommentiert, bekommt von mir so einen Holzschmuck geschenkt. Das ist ein Gewinnspiel. Was man sieht. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Baumperle zum Beispiel. Oder verschiedene Hölzer mit schöner Form. Wo man dann richtig schön verbunden ist mit der Natur. Jeder Zehnte, der kommentiert. Jeder Zehnte, der kommentiert. Und bei mir ist, manchmal jeder Zwanzigste, bekommt ein Körperöl. Ganz was Feins. Für den Frühling. Frühlingsduft. Frühlingsgefühle. Ja, genau. Das mache ich. Und jetzt ist aber wirklich Feierabend.